Moin Moin an alle LS22 Freunde und Willkommen zu der Lonelong Farm zu Part 11 der siebten Staffel. Mein Name ist Patrick-Gamer-02 und ich bin ihr Farber. So, da wollen wir auch mal hier keine Zeit zu verlieren. So, wir werden jetzt eine Düngermaschine kaufen. Dann müssen wir mal gucken, wo wir die jetzt hier haben. Pflanzenschutz. Okay. Äh... Die reicht. Die reicht. Ja. Auf jeden Fall fahren wir jetzt mal eben zum Hof, weil wir die Maschine auftanken. Weil wir müssen ja unsere Felder dümen. Deswegen. So. 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 Lalalalalalalalalala Loozzy, 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 and Loozzy. Ja, ja, ja. Ja. So, dann machen wir jetzt hier erst fertig und dann gehen wir wieder zurück in den Wald. So, dann gehen wir wieder zurück. 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 So, dann fahren wir. So, dann gehen wir wieder zurück. 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 Mhm. So, heute können wir hier weitermachen. So, jetzt können wir hier mal ein paar Sachen rauskommen. So, jetzt kommt es ein bisschen raus. So, jetzt kommt es hier. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Mm-hmm 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020